Richter Gottes, die geheimen Prozesse der Kirche Prolog Er sieht nicht glücklich aus, dachte sie, und verliebte sich. Dabei war das kein Ort zum Verlieben. Der Wirt hatte die Musik gerade wieder aufgedreht, Karnevalsmusik. Die Schminke war bei den meisten nicht mehr frisch. Sie schaute zur Tanzfläche. Es ist ungewöhnlich, den Partner fürs Leben ausgerechnet an Karneval kennenzulernen. Schon die Verkleidung sagt, das bin ich nur heute Abend. Der Karneval hat etwas Flüchtiges. Nicht in ihrem Fall. Dass ich die Initiative ergriffen und mich getraut habe, das passiert eben auch nur an Karneval. Elke Rogoski lacht. Peter Otten ist der Richtige, das weiß sie schnell. Was sie für ihre Liebe tun wird, weiß sie damals noch nicht. Elke Rogoski wird sich in den nächsten Jahren verstecken. Sie wird Begegnungen mit den Nachbarn vermeiden und ihren Namen nicht mit aufs Klingelschild der gemeinsamen Wohnung schreiben, weil es die Beziehung zwischen Peter Otten und ihr in den Augen der katholischen Kirche nicht geben darf. Schließlich wird sie einen Prozess führen. Nicht vor einem staatlichen Gericht, sondern vor einem Gericht der katholischen Kirche in Deutschland. Im Frühjahr 2015 sitzt Peter Otten in einem Café in der Kölner Innenstadt. Seit Tagen regnet es. Die Gäste an den Nachbartischen kommen vom Einkaufsbummel, wollen sich nur kurz aufwärmen und wieder los. Peter Otten hat Zeit. Er wartet auf einen Brief, auf das Urteil des Kirchengerichts. Peter Otten hat sich als Angestellter der katholischen Kirche, als Pastoralreferent des Erzbistums Köln in Elke Rogoski eine geschiedene Frau verliebt und mit ihr eine Beziehung begonnen. Damit begehen sie in den Augen der katholischen Kirche eine schwere Sünde, die Unzucht. Mehr noch, Peter Otten ist ein Ehebrecher, denn er bricht Elke Rogoskis erste Ehe, die, staatlich längst geschieden, vor Gottes Augen immer noch besteht. Für die Kirche undenkbar, unlebbar auch heute noch. Jeder Katholik, der es trotzdem tut, bleibt von den Sakramenten wie der Kommunion im Gottesdienst ausgeschlossen. Wer wie Peter Otten für die Kirche arbeitet, kann entlassen werden. Dass es aus diesem Unglück einen Ausweg gibt, wissen die wenigsten. Einen Prozess vor einem katholischen Kirchengericht. Nimmt man die katholische Lehre ernst, kann dieser Schritt eine legale, zweite Beziehung im Leben eines Katholiken ermöglichen. Die einstigen Ehepartner müssen dazu in einem kirchlichen Gerichtsverfahren beweisen, dass ihre erste Eheschließung nicht den Ansprüchen der katholischen Kirche genügt hat und deshalb auch niemals gültig war. Sie hat schlicht nie existiert. Es ist das Reizthema der katholischen Kirche. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Doch statt mit dieser Realität umzugehen, verweist die Kirche auf die Justiz, auf die eigene. 22 katholische Kirchengerichte gibt es in Deutschland, die sich fast ausschließlich mit dem Eherecht befassen, das die evangelische Kirche nicht kennt. 2015 führten sie gut 1200 Prozesse in drei Instanzen. Über diese Verfahren dringt so gut wie nichts an die Öffentlichkeit. Alle Beteiligten werden zur Geheimhaltung verpflichtet. Weltweit sind es alljährlich rund 72.000 Prozesse. Im Jahr 2013 wurden auf diesem Weg 47.000 Ehen rückwirkend für ungültig erklärt. Ich habe erst gedacht, es ist eine Art von skurrilem Spiel. Peter Otten sieht müde aus. Müde wie jemand, der genug Schlaf hat, aber wenig Kraft. Ich habe mich gefragt, ob die nicht merken, wie absurd das ist. Haben sie ihre Ehe vollzogen? Geschlechtsverkehr gehabt? Haben sie dabei Verhütungsmittel benutzt? Diese und andere Fragen haben Elke Rogoski und ihr Ex-Mann vor den Kölner Kirchenrichtern beantwortet. Ihr Bruder, zwei Freundinnen, ein befreundeter Pfarrer und eine Kirchenmitarbeiterin wurden als Zeugen befragt. Darauf hat Elke Rogoski sich eingelassen, als sie entschied, den Prozess zu führen. Nur um meinen Job zu retten, sagt Peter Otten und fährt sich mit den Händen durchs Gesicht. Er möchte gern die ganze Geschichte erzählen. Die Kirche sei für ihn nur noch ein leeres Haus, sagt Peter Otten. Er wisse nicht, wohin mit seiner Wut. Cecilia Giebermann ist Richterin am größten deutschen Kirchengericht in Köln. Zwei Fälle wie der von Elke Rogoski kommen hier jede Woche an. Zweimal in der Woche beginnt ein neuer Ehenichtigkeitsprozess. Die Verfahren sind aufwendig. Kirchliche Vernehmungsrichter befragen Zeugen unter Eid, prüfen Beweise, Briefe, Tagebucheinträge. Bände von Akten werden gefüllt. In einigen Fällen kommen Psychologen und Psychiater hinzu, die die einstigen Ehepartner begutachten. Kirchenrichter wie Cecilia Giebermann fällen schließlich die Urteile. Es ist ein sehr intensives Verfahren, erklärt Cecilia Giebermann. Nach langen Gesprächen habe ich mir hoffentlich ein umfassendes Bild von dieser Ehe bilden können und dann entscheiden wir, ob die Ehe am Anfang ungültig geschlossen wurde. Sie kann nichts Schlechtes an den Prozessen finden, im Gegenteil. Ich glaube, den meisten Menschen geht es darum, den Neuanfang zu machen und unsere Aufgabe ist es, ihn zu ermöglichen. Das sei eine einmalige Chance, sagt sie, leider kaum bekannt. Erst Ende 2015 hat Papst Franziskus verfügt, die kirchlichen Eheverfahren sollen vereinfacht werden, damit sie öfter in Anspruch genommen werden. Diese Geschichte gibt zum ersten Mal einen Einblick in die Welt der deutschen Kirchengerichte. Sie zeigt, welche Prozesse dort geführt werden und wer dort richtet. Prozessbeteiligte sprechen ausführlich über die Verfahren. Richter und psychologische Gutachter stellen sich kritischen Fragen. Die Betroffenen berichten von ihren Vernehmungen. Über allem steht die Frage, wie die katholische Kirche jenen begegnet, die ihr Leben nicht so gestalten, wie sie es vorsieht. Ungültig verliebt. Das Paar, das es nicht geben darf. Alles beginnt an Karnevalssonntag 2007. Während die Höhner singen, rufen sich Elke Rogoski und Peter Otten die Koordinaten ihres bisherigen Lebens zu. Elke Rogoski arbeitet bei einem großen Versicherungsverband. Peter Otten ist Theologe. Nein, das habe sie überhaupt nicht verschreckt. Sie schüttelt den Kopf. Ich habe gedacht, das ist bestimmt ein tiefgründiger Mensch. Es hat ehrlich gesagt auch einen Teil meines Interesses ausgemacht. Sie lächelt. Elke Rogoski und Peter Otten erzählen ihre Geschichte in ihrer Wohnküche. Ein Mehrparteienhaus mitten in Köln. Vierter Stock. Hohe Stufen. Einen Aufzug gibt es nicht. Der Trinkwassersprudler steht auf der Küchenanrichte. Das Paar sitzt eng beieinander auf der Küchenbank. Eine rostrot gestrichene Wand im Rücken. Vor ihnen steht ein massiver Holztisch, der sagt, wir bekommen gern und viel Besuch. Über der Tür hängt ein schlichtes Holzkreuz. Elke Rogoski trägt eine weiße Bluse. Ein Armband ist silber, eins mintgrün. Sie achtet auf ihr Äußeres, auf ihre Mimik kaum. Man sieht ihr an, was sie denkt. Sie redet aus dem Herzen und braucht viel Platz dabei. Peter Otten bekommt gelegentlich einen Schlag ab. Er kennt das. Er steckt die Hände in die Beuteltasche seines dunkelblauen Kapuzenpullovers und lehnt sich zurück. Ab und an kneift er ein Auge zu und legt den Kopf schief. Seine blauen Augen mustern. Es gibt Pasta. Peter kocht immer, wenn Besuch kommt, erklärt Elke Rogoski. Noch nie habe jemand die gemeinsame Wohnung hungrig verlassen. Sie sagt das mit Stolz und sie sagt, unsere Wohnung. Dabei gehört sie der Kirche und Elke Rogoski dürfte hier genau genommen gar nicht sein, zumindest nicht wohnen. Peter habe ihr an ihrem Kennenlernabend erzählt, so erinnert sie sich, dass ihm eigentlich gar nicht nach Ausgehen zumute sei. Dass er gerade gemeinsam mit seinem Bruder die kranke Mutter pflege, das Karneval sich falsch anfühle. Schnell reden die beiden über die wirklich wichtigen Dinge. Auch über das, was ihr Leben in den nächsten Jahren sehr kompliziert machen sollte. Ich habe tatsächlich schon am ersten Abend erwähnt, dass ich geschieden bin, sagt Elke Rogoski. Sie habe gewusst, was das für jemanden bedeute, der Katholik sei und zudem einen Arbeitsvertrag bei der katholischen Kirche unterschrieben habe. Ich habe gesagt, du weißt, ich bin eine geschiedene Frau und vielleicht sollten wir das lieber lassen. Aber das war natürlich auch Koketterie, denn wenn man sich kennenlernt und verliebt, dann freut man sich, wenn der andere sagt, das ist mir alles egal. Nein, widerspricht Peter Otten, du hast gesagt, ich bin ungläubig und geschieden, lass lieber die Finger von mir, er schmunzelt. Ihm sei natürlich bewusst gewesen, dass es nicht einfach werden würde. Aber ich wollte sie wiedersehen, das war ein richtiges Bedürfnis, ganz drängend. Als sie an jenem Abend spät in der U-Bahn verschwindet, weiß Peter Otten zumindest ihren Namen. Er findet ihre Arbeitsadresse im Internet und schreibt ihr einen Brief, eine CD mit seinen Lieblingsliedern ist mit im Umschlag. Sie gehen aus, am Rhein spazieren, so einfach ist es manchmal und auch nicht. Denn geht es nach Peter Ottens Arbeitgeber, dürfen Elke Rogoski und er ihre Liebe nicht leben, geschweige denn heiraten. Was zivilrechtlich die legitime Wiederheirat von Geschiedenen ist, betrachtet die katholische Kirche als Ehebruch. Bis vor 100 Jahren noch eine zu ahndende Straftat, bis heute das Verharren in einer, so heißt es im aktuellen Kirchenrecht, offenkundigen, schweren Sünde und damit auch ein Verstoß gegen das besondere kirchliche Arbeitsrecht. Manchmal haben wir abends nach der Arbeit drei, vier Stunden telefoniert, erzählt Elke Rogoski von ihren ersten Monaten. Peter hat viel davon erzählt, wie er seine Mutter pflegt, was alles dazu gehört. Da habe sie angefangen, sich richtig in ihn zu verlieben. Peter Otten guckt zur Seite, Elke Rogoski schaut ihn direkt an. Der Moment, in dem Elke Rogoski klar wird, dass sie ein Paar sind, ist, als sie ihren Namen in der Todesanzeige von Peter Ottens Mutter liest. Dort stand Peter und Elke, gedruckt. Er hat mich einfach reingeschrieben. Es ist Mai 2007. Drei Monate sind seit Karneval vergangen. Drei besondere Monate, in denen die beiden andere Dinge im Kopf haben als Peter Ottens Arbeitgeber. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das erstmal ganz weit weggeschoben. Ich wollte das alles auch einfach genießen, sagt Peter Otten. Ich hatte damals eine schwere Zeit und habe ganz egoistisch gedacht, das hast du dir, das haben wir uns einfach jetzt verdient, dieses Glück. Elke Rogoski hat damals eine kleine Wohnung in Bornheim, außerhalb von Köln. Da Peter Otten hier niemanden kennt, sind sie meistens dort. Die Wohnung ist nicht für zwei gemacht, trotzdem verbringen sie an diesem Ort viel Zeit miteinander. Es gab kein Gespräch darüber, aber aus dem einen Hemd wurden drei und dann fünf und schließlich sieben und danach kam ein Laptop dazu und am Ende bist du einfach nicht mehr weggegangen. Elke Rogoski lächelt, wird jedoch gleich wieder ernst. Aber zusammenziehen, das habe Peter immer gesagt, das gehe nicht. Deshalb habe er seine wichtigsten Sachen immer im Kofferraum durch die Gegend gefahren. Peter Otten erklärt, spätestens in dem Moment, wo man mit einer geschiedenen Frau zusammenwohnt, nimmt die Kirche an, dass man auch in einer Sexualgemeinschaft lebt und damit bricht man das Eheband des anderen. Das heißt, die Kirche geht dann davon aus, dass man ein Ehebrecher ist. Muss zwingend davon ausgehen. Jeder Katholik, der in so einer Situation lebt, darf streng genommen nicht mehr zur Kommunion im Gottesdienst gehen. In keinem Fall aber darf der oder diejenige für die Kirche arbeiten, zumindest nicht in einer Vorbildfunktion. Etwa als Religionslehrer, Leiterin einer katholischen Kindertagesstätte, Chefarzt im katholischen Krankenhaus oder eben Pastoralreferent im Erzbistum Köln, so sieht es das katholische Arbeitsrecht vor. Dies ist der Moment, wofür die 700.000 Angestellten der katholischen Kirche die reine Lehre auf die Lebenswirklichkeit trifft. Peter Otten muss sich, wie viele andere, entscheiden. Lebt er seine Liebe, droht die Kündigung. Will er seinen Job behalten, bleibt nur die Trennung, ein Leben in Heimlichkeit oder ein Eheverfahren. Peter Otten und Elke Rogoski entscheiden sich zunächst für die Heimlichkeit, für das Leben am Rande des gerade noch Tolerierten. Er erzählt seinen Vorgesetzten nichts von seinem neuen Glück. Es war von Anfang an eine sehr, sehr bedrückende Situation, berichtet Peter Otten. Wenn ich sie irgendwo hin mitbringe, wird gefragt, also mache ich das nicht. Ich könnte mir natürlich eine Legende ausdenken. Ich könnte sagen, wir sind nur so befreundet. Ob mein Dienstvorgesetzter dann etwas gegen mich unternimmt oder nicht, dafür kann ich ein Gefühl haben, aber ihn offen darauf ansprechen kann ich nicht. Am Anfang, erzählt Elke Rogoski, fand ich das nicht so problematisch, denn für unseren Familien und für unseren Freunden haben wir es nicht verheimlicht. Das hätte ich nicht hinbekommen. Aber in den Monaten darauf sei es zunehmend schwieriger für sie geworden, wenn sie gefragt wurden, warum sie in dieser seltsamen Wohnsituation ausharten. Das war ein Rumgeeiere. Dass ein Eheverfahren die Lösung sein könnte, weiß Peter Otten noch aus dem Theologiestudium. Vorsichtig, erzählt der Elke Rogoski davon. Neun Monate nach dem ersten Abend in der Karnevalskneipe erkundigt sie sich beim Kölner Kirchengericht, was ein solcher Prozess genau bedeute. Die waren sehr nett und ich habe auch schnell einen Termin bekommen. Ich bin da völlig arglos hingegangen. Was mir noch wichtig ist, Peter Otten unterbricht sie schnell, ich wollte Elke in keiner Weise zwingen. Ich habe keinen Druck gemacht. Ich wusste, dass es diese Verfahren gibt, aber ich wusste nicht, was genau dahinter steckt. Er hält kurz inne. Ich hatte schon ein blödes Gefühl, als sie von ihrem ersten Beratungsgespräch zurückkam. Manche sind nicht einverstanden mit dem, was wir machen. Ein erster Anruf beim Kirchengericht. Jeder, der sich oder seine Kinder katholisch taufen lässt, bekennt sich auf diese Weise nicht nur zum katholischen Glauben, sondern betritt auch einen neuen Rechtsraum. Für alle Katholiken weltweit gilt ein besonderes Gesetz, das kanonische Recht. Von Anbeginn versteht sich die katholische Kirche nicht nur als Glaubens-, sondern auch als Rechtsgemeinschaft. Schon Jesus Christus hat diese benannt und bestimmt, es gibt eine Reihe kirchlicher Gesetze, die direkt auf göttliche Anordnung zurückgeführt werden. Die katholische Kirche sieht sich als dem Staat gegenüber gleichwertige, souveräne und autonome Rechtsgemeinschaft mit eigenen Regeln und erhebt den Anspruch auf eine eigene Rechtsprechung. Sie verhandelt bis heute vor ihren eigenen Gerichten kirchliche Straf- und Streitsachen und eben Eheprozesse. Die evangelischen Kirchen haben sich mit der Reformation von dieser römisch-katholischen Besonderheit gelöst und seitdem eine eigene Rechtsordnung, die in ihrer Bedeutung für die Gemeinschaft nicht mit der der katholischen Kirche vergleichbar ist. Die Protestanten kennen das Eherecht nicht, ein eigenes Strafrecht auch nicht, sie haben hingegen eine eigene Verwaltungs- und Disziplinargerichtsbarkeit. Für etwa 1,3 Millionen kirchliche Arbeitnehmer gilt in Deutschland zudem das besondere kirchliche Arbeitsrecht beider christlichen Kirchen. Möglich ist all dies durch das im Grundgesetz verankerte Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, das die eigenständige Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten garantiert. Besonders nach den negativen Erfahrungen im Dritten Reich ging man sowohl von staatlicher Seite als auch innerhalb der Kirchen davon aus, dass es für die Religionsfreiheit und die Trennung von Staat und Kirche notwendig ist, unter anderem eine eigene, unabhängige Rechtsordnung zu besitzen. Was das betrifft, dürfen sich die Religionsgemeinschaften sehr umfangreich und ohne staatliche Überbruchung wie das mit den letzten Jahren an der Kirchen von unserer Kirchen von Papier das mit den Tribungen der Kirchen von Papier zu geben, um explaining die Verwaltungs- und Kirchen von Papier zu geben, Vielen Dank.